Gibt's da irgendwelche bestimmten Erlebnisse, die ganz herausragend sind? Ja, definitiv. In der Toskana sonntags, es hat geregnet, in Italien kann man Gott sei Dank sonntags einkaufen. Ich war in einem Pennymarkt und hab für, ich glaub, 1,90 Knackwurst und Brot gekauft. Und hinter mir stand ein älterer Herr, so dein Alter würde ich tippen. Danke! Der Kleine jetzt möchte wieder auf der Show abgeholt werden. Jenseits der 35. Ah, okay. Und sagt einfach nur langsam, langsam. Und ich dachte, in Italien war langsam, langsam, drehe mich rum und sage, ja, ganz schön langsam hier. Er sagt, ja, ich wusste, dass du aus Deutschland kommst, wir haben uns ein bisschen unterhalten, was ich denn machen würde. Er sagt, ja, ich pilgere nach Rom. Und er sagt, ja, willst du noch weiterlaufen? Ja, eigentlich nicht. Und, ja, dann viel Erfolg und dann hab ich bezahlt und bin gegangen. Wollte vom Parkplatz runter und dann stand er mit seinem Auto da und meinte, ja, meine Frau hat sich überlegt, du schläfst halt noch bei uns. Wir haben 10 Kilometer weiter irgendwie einen Olivenbauernhof mit Ferienwohnung. Und hab mich dann eingeladen, dann gab es leckere Suppe und abends auch ein Gläschen Wein. Und wir haben uns nett unterhalten. Er kam aus Südtirol, ist vor 20 Jahren in die Toskana gegangen. Und die haben mich am nächsten Morgen, das werde ich niemals vergessen, hat er mir Salami, was in Italien für mich damals unbezahlbar war irgendwie. So eine fette Salami und eigene Oliven in einem richtig schönen Glas, das hab ich noch mitgegeben und hab mich noch fünf Kilometer weitergefahren, weil wir ein bisschen spät losgekommen sind. Und dann hab ich mich auf einen Kaffee eingeladen. Wow. Was einen dann ja auch überhaupt nicht aufhält. Ja, es war total krass, also es war einfach schön. Hast du aber Glück gehabt. Ja, ich hab die ganze Zeit Glück gehabt. Ich hatte mal Pech bei so einer Reise, wo ich irgendwo keinen Benzin mehr hatte in Frankreich, da hab ich auch eine Tankstelle übernachtet, weil keiner wollte mir helfen. Dann stand ich nachts alleine. Tricksal oder Wurst? Wow. Ja. Das war mal ein bisschen durch die Gegenläufe. Das heißt, du hast eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, oder hast du auch negative Erfahrungen? Eine negative Erfahrung gemacht, weil ich mein Telefon laden musste und von einem italienischen Immobilien, Heini würde ich jetzt so sagen, abgewiesen wurde, weil das war nicht sein Job. Ja gut, das ist ja auch nicht der Job eines Immobilienmaklers, da Telefone zu laden. Richtig. Hängt ja auch schon mal davon ab, wie viele Touristen schon mit derselben Frage kamen. Ja, es hat auch geregnet. Also ich hatte 300 Wochen nur Regen in Italien. Er hätte vielleicht auch gedacht, du hättest den Regen dahin gebracht, wer weiß. Stimmt. So im Gepäck mitgeschneppt, ne? Wie bist du denn überhaupt sprachlich durch Italien gekommen? Äh, Englisch. Ganz viel Englisch. Und Latino mit Hängen und Füßen mal bestanden. Und da weiß man dann, dass Alten, die Alcani, Vorsicht, Hund, heißt Mangiaris Essen. Und alles andere war dann... Alles andere hat sich von alleine irgendwie so ein bisschen eingepuft. Also von Giorno hat man dann auch noch so im Hinterkopf. Alles andere war Hände und Füße. Und Englisch. Finde ich erstaunlich. Wir sind mit Englisch nicht weit gekommen in Italien. Nein. Nee, wirklich nicht. Also... Nur Glück gehabt, glaube ich. Ja, das muss es dann sein. Also selbst in der Apotheke, wo ich gedacht habe, studierte Leute... Nein, liegen nicht in Englisch. Ging nur mit Hände und Füße mit der italienischen. Null Probleme. Dann hast du Glück gehabt. Wie viele Leute haben sich denn darüber gewundert, dass du zu Fuß nach oben gehst? Also in Italien? In Italien. In Italien eine ganze Menge tatsächlich noch. Also bis zum Lazio eigentlich ganz viele. So jeder Zweite, mit dem man so angehauen hat, macht doch mal ein Foto oder so. Ja. Und du hast denen dann auch allen erzählt, dass du halt... Sag, was ich nach Rom pilger. Und Ostern ja auch dann jetzt nur einmal im Jahr ist und ich da gerne ankommen möchte. Und du warst Ostern da? Ich war den Mittwoch vor Ostern da. Was dann ja wiederum dramatisch ist, weil dann musst du ja bis Ostern in Rom aushaben. Richtig. Und Rom ist, wie alle Hauptstädte, nicht ganz preisgünstig. Richtig. Aber ich habe gecampt und bin relativ günstig weggekommen. Ich habe vor allem im Internet ein bisschen recherchiert. Aber wie hast du Internet gefunden? Es gibt in Italien in jedem Café und in allen größeren öffentlichen Gebäuden öffentliches WLAN. Das ist total praktisch, wie ich finde. Das sollte man hier auch einführen. Und wie bist du zurückgekommen? Getrampt. Schon wieder? Ja, ja. Ich musste ja irgendwie zurück. Also Daumen raushalten und dann... Durch die ganzen Spenden hast du das am Ende bekommen? Oder hast du... Nein, ich habe meine Kontonummer angegeben im Internet und habe Geld darauf überwiesen bekommen. Ich habe immer zwischendurch eine SMS bekommen von meiner Bank, dass ein Zahlungseingang kam. Oder halt auch nicht. Und so konnte man dann so ein bisschen kalkulieren. Aber zurück hatte ich 12,50 Euro. Bin mit dem Zug nach Ancona gefahren und von da aus halt getrampt. Ja. Und jetzt planst du also, diese Reise in ein Buch zu verarbeiten? Jetzt plane ich diese Reise zu verarbeiten und abzuschließen, indem ich ein Buch schreibe. Mit dem grandiosen Titel, der Ernst Pilger nach oben. Ach. Da wäre ich jetzt fast nicht drauf gekommen. Und ich bin schon in Italien. Also ich bin schon hinter Mailand. Inhaltlich. Inhaltlich. Also auch schon richtig geschrieben. Auch schon so ausgearbeitet, dass man es schon lesen kann. Wie viele Seiten? Ich bin auf 138. Das ist doch schon ganz ordentlich. Und es wird nochmal doppelt so viel. Oder nochmal so viel mindestens. Aber ich denke, noch eher doppelt so viel. Weil Rom doch sehr inspirierend war. Und dann erzählst du alle kleinen Dönöckes, die so passiert sind? Dann erzähle ich so kleine Anabdötchen. Und da gibt es schon Verleger zu? Da gibt es einen Interessenten oder eine interessierte Lektorin, die ich seit 10 Jahren kenne und deswegen ist sie interessiert, glaube ich. Die mir da sehr viel Mut macht und sagt, mach mal und wir erarbeiten das dann nochmal gemeinsam durch. Aber einen richtigen Verleger, also einen endgültigen Verlag gibt es noch nicht. Aber es hat auch noch Zeit. Ich schreibe noch mindestens ein halbes Jahr da dran. Ja, das ist dann auch schon eine Aufgabe. Ja, das ist mal so eine Hobbyaufgabe. Ja, bis Ostern. Bis Ostern. Das wäre noch so ein halbes Jahr. Das kommt ungefährlich. Und dann wäre das Buch dann sozusagen lesefertig. Dann wäre das Buch sozusagen lesefertig geschrieben. Aber das ist mehr ausgearbeitet als der Blog, den du beschrieben hast, oder? Das ist definitiv detaillierter als der Blog, den ich beschrieben habe, ja. Was hat dir das jetzt persönlich gebracht, diese Tour? Ich habe gemerkt, dass ich eine Menge an mir selber arbeiten muss. Habe da auch Gott sei Dank mittlerweile mit angefangen. Ich habe in den letzten Jahren viele Dinge schleifen lassen. Und habe auch gelernt, dass der Mensch nicht so ein riesen Arschloch ist, wie alle Dinge. Also ich bin halt mit der Einstellung auf Leute zugegangen. Ich kann jetzt sagen, was ich will, da passiert eh nichts. Aber es war halt ganz anders. Und wie ist dein Umfeld, also deine Freunde, wie sind sie damit umgegangen, dass du da plötzlich dann losgelaufen bist? Das war so eine 50-50-Nummer. Also es war, die eine Hälfte sagte, ja, finde ich gut, guck mal, dass du rauskommst irgendwie. Und die andere Hälfte sagte, ja, dann lauf halt weg. Und im Nachhinein war es ein Weglaufen, ja. Aber ich denke, ich bin angekommen und komme gerade auch langsam wieder zurück. Das heißt also, das Schreiben ist ja im Prinzip nochmal dasselbe? Das Schreiben ist noch ein intensiveres Verarbeiten, wenn man in dem Moment, wo man es erlebt, das überhaupt nicht verpackt kriegt. Das heißt, durch das Schreiben merkst du eigentlich tatsächlich, was alles passiert ist? Richtig. Also ob du jetzt einen Tag durch die Toskana läufst und es schüttet, obwohl du denkst, ey, es könnte so schön sein mit Sonne. Und du machst dir halt ein paar Gedanken, dann vergisst du die eine Stunde später wieder. Und wenn du dann aber nochmal darüber nachdenkst, wie habe ich mich da gerade gefühlt und worüber habe ich darüber nachgedacht, dann kommt das alles wieder hoch und dann kannst du das viel intensiver verarbeiten. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und das bringt also deinen eigenen persönlichen Horizont auch weiter? Das bringt meinen persönlichen Horizont weiter und das bringt mich als Mensch, also mein Verhalten, meinen Mitmenschen gegenüber zum Beispiel, ist ein anderes als vor der Reise. Das heißt, du stellst auch diese Veränderung an dir selber fest? Die stelle ich an mir selber fest. Oder hast du dir die erstmal nur vorgenommen? Nein, die stelle ich an mir selber fest. Also natürlich gibt es keine abgeschlossene Veränderung irgendwie, das wird es glaube ich auch nie geben. Also ich würde sagen, die erste Etappe ist geschafft. Ja. Vielen Dank.